Thomas Müller will angeblich den FC Bayern im Winter verlassen. Das berichtet die Sportbild. Der 30-Jährige hat seinen Stammplatz an Superstar Filipe Coutinho verloren. Bei der 1-2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim saß Müller zum fünften Mal in Folge zu Beginn nur auf der Bank. Trainer Niko Kovac sieht hingegen wenig Änderungsbedarf. Wenn Not am Mann sein sollte, werde Müller mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen, hatte er am Samstag noch gesagt. Müller ist die Münchner Identifikationsfigur schlechthin, spielt seit 19 Jahren für den Rekordmeister und besitzt noch einen Vertrag bis 2021. Mit dem FCB gewann der Ex-Nationalspieler achtmal die Meisterschaft, fünfmal den DFB-Pokal und 2013 die Champions League.